Ich habe im Frühling schon unglaubliche Prämien präsentiert. Frühling, April, Mai, wie wir wissen, schlecht gelaufen mit Wetter. Heisst meistens in der Motorradbranche auch nicht so gut gelaufen. Heisst für dich was? Noch verrücktere Prämien. Das hier überholt. Jetzt hauen wir noch mehr Prämien aus. Du musst mal schauen. Zum Beispiel haben wir bei der Zweizylinderfamilie eine unglaubliche Prämie von 800, notabene, auf ein Modell, das eh schon netto ist. Dort hast du eh schon einen riesigen Preisvorteil. F-750GS, 850GS, 850GS Adventure, F-900R, F-900XR, all diese Modelle, also 750 bis 900, 800 Franken Prämie. Alle S-1000XR im Moment 1,250 Franken Prämien drauf und S-1000R, die Naked-Variante, habe ich gerade leider keine da, weil sie wirklich schon gut verkauft, auch bei der S-1000R 900 Franken Prämie drauf. Die ganze R-90-Familie, Scrambler, Pure, 90 Classic, Wasterwatch auf jeder Naked-Variante im Moment, 850 Franken Prämie drauf. Die GS-1250-Familie bleibt unverändert, aber extrem hohe Prämien, 2'000 Franken auf GS und auf die Ultimate Edition, auf die schwarze, gibt es sogar 2'500 Franken Prämie. So, noch verrückter wird es auf der Big Boxer-Familie, dort haben sie die ganz grossen Prämien herangehängt, 4'450 Franken Prämie auf jedem R-18 Modell, also egal ob Classic, wo ich gerade drauf sitze, R-18 Pure, R-18 Bagger, Trends Conti, 4'450 Franken Prämie. Fairwise muss man aber sagen, dass sie dann sehr einfach jetzt gemacht haben, ein Betrag fix, jetzt ist es nicht mehr noch mit, früher hast du noch Gratis-Service, Gratis-Garantie-Verlängerung, plus noch Prämie, plus noch Eintauschprämie, ist einfach 4'450 Franken für die R-18. Natürlich kannst du das Geld einsetzen auf die Garantie-Verlängerung oder Service-Paket, aber es ist jetzt stark vereinfacht und einfach die ganze Familie, 4'450, R-18 Familie. So, das Wetter April, Mai hat der Druck auf unsere Lager gehört, darum unglaubliche Prämien nochmal, 800 bis 4'450 Franken, jetzt setzen wir aber ein bisschen Druck auf dich, das Ganze gilt bis 31.8. Kaufvertrag und bis 31.8. Fahrzeuge eingelöst und auf der Strasse. Also jetzt ist wirklich der super, super Moment für Prämien, wie du sie noch nie gesehen hast, komm vorbei, Offerte schreiben, Probefahrt machen und einen Haufen Geld sparen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.